Ja, ich glaube, da triffst du es auf den richtigen Punkt. Also wie soll Neues entstehen, wenn du sozusagen nie Zeit hast und nie die Gelegenheit hast, entsprechend, wie soll man sagen, auch mal stolpern zu können? Und ich glaube, ich meine, das macht natürlich auf eine gewisse Art auch Sinn. Also du gehst nur kalkulierte Risiken ein sozusagen. Also dein Risikograd ist in Wahrheit natürlich in dem, was du täglich tust, soll er möglichst gering sein. Also du machst ein Projekt und du bewertest vorher die Projektrisiken und du suchst die Leute, die das vielleicht schon mal gemacht haben, um dieses Risiko zu managen. Wenn du jetzt losgehst und irgendwie mal was Neues ausprobierst, dann ist natürlich die Gefahr des Scheiterns vorhanden. Klar, du hast irgendwie gedacht und du hast gehört und dann hier und her und dann probierst du mal und dann kommst du drauf, was ist ich? Das ist nur, wie sagt man, Wein in neuen Schläuchen. Aber es ist genau dasselbe Problem wie vorher. Da könnte man jetzt sagen, von der Idee her ist es gescheitert. Man hat was Neues ausprobiert, man hat vielleicht irgendwie dieses Gefühl befriedigt, dass man das einmal tun gerne möchte, aber es bringt für die Arbeit nichts. Das wäre sozusagen der Negativfall. Und der Positivfall ist einfach, da gibt es irgendwie was Neues, was deine Arbeit erleichtern würde oder was vielleicht generell die Sicht, wie man auf die Arbeit blicken könnte, total sozusagen neu macht. Und es braucht eben, wie ich vorher schon gesagt habe, es braucht einfach mal Hirnschmalz, es braucht mal ausprobieren, es braucht mal dieses einzutauchen, sich sozusagen das damit arbeiten, das damit herumhantieren. Und da ist es natürlich auf der einen Seite irgendwie schade, dass es da nicht diesen Raum oft gibt, weil sozusagen, wie komme ich unter Anführungszeichen dazu, dass ich in meiner Freizeit Dinge ausprobiere, die dann im Endeffekt der Firma wieder zugute kommen und dann alle was davon haben, wenn ich das persönlich in meiner Freizeit sozusagen getan habe.